Schalte dein System nicht aus, wenn du dieses Symbol siehst. Fiola Soft Studio, Black Hole. Drücke beinahe jede Taste. Alle auf einmal. Jetzt sofort. Fiola Soft Studios, alle Rechte vorbehalten. Black Hole und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Demo in der Reihe. Oder aus der Reihe. Spiel die Demo. So, wir spielen heute die Demo von Black Hole. Und ich versuche jetzt mal irgendeine Taste zu drücken. Und, ähm, also, ich versuche jetzt mal beinahe jede Taste zu drücken. Zum Beispiel, ähm, F1 bis F12, Druckenrollenpause und P. Das hat nicht viel gebracht. Okay, ich drücke Leertaste. Wusstest du, dass Ladebildschirme Leute nur belästigen? Es tut uns leid, wir können nicht besser. This force is emitted by the white glowing platforms. Recommended action? Let's get out of here. Not so recommended action? Jump on it. It just might tear you to pieces. Okay. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt erstmal gucken. Ähm. Weil ich würde ganz gerne jetzt einfach mal Neuschott sagen. Ich glaube, ich hab das schon mal... Ähm. Ähm. Level verlassen. Nö. Okay, sagen wir weiter. Ich bin grad ein bisschen irritiert, weil ich... Ach, next level. Hier kann ich zum nächsten Level gehen. Ich bin grad ein bisschen irritiert, aber ich bin grad ein bisschen irritiert, aber ich bin ein Millionär. Was für ein Schammer, dass das nicht eine Lotterie ist. Verdammt. Ich will diese komischen... Dinge einsammeln. Ja, wunderbar. Ah, Level schon bestanden. Aber ich will drei. Hm. Ah, Moment mal. So müsste es gehen. Genau. So, und dann müsste ich ja hier runter können. Ach nee, da war er. Ah, warte mal. Komm ich da noch hin? Nee, tue ich nicht mehr. Okay, wir müssen dann wieder zurück, denke ich. Oder so. Hm. Doch nicht. Okay. Also. Das Spiel... ...ist quasi ein Rätsel-Jump'n'Runner. Neue Bestzeit. Level beendet. Bandit hat den Level beendet. So. Äh, gewonnen drei Self-Burns. Wunderbar. Das heißt, wir drücken Enter und sagen weiter. Wusstest du, dass niemand ein schwarzes Loch geschlossen hat? Unser Spiel macht das zum ersten Mal. So. Schau, wirklich. Das ist der Weg, wie bestimmte Typen von Reptilien leben. Es ist ein Zähn. Ich hoffe, es hat uns nicht gehalten, dass es sein Tackle-Budy ist. Okay, das Ding sieht mir sehr, ähm, tödlich aus. Und deswegen bin ich da gerade ein bisschen versucht, upsale, nicht zu viel Zeit mit dem Viech zu verbringen. Na, fast. Gibt's da irgendwo ein Manipulat... Boah. Ach, Scheiben-Dreck. So. Ich will mich da drunter nicht zerquetschen lassen. Ah. Hm, da ist jetzt so ein bisschen die Frage... Was ist mit dir? Offenbar nichts. Oh, der hat mir nichts getan gerade. Ah, die beißen nur zu bestimmten Zeiten. Kannst du hier... Nee. Ich dachte nämlich gerade, kann der da irgendwie ein bisschen festhalten oder so. Ah. Bin ich hier irgendwie so ein Jetpack oder sowas? So, ich müsste mal in die Steuerung gucken. Einstellungen... Einstellungen... Äh, Steuerung... Tastatur... Oh, Gamepad. Ich kann mit Gamepad spielen. Das würde ich eigentlich ganz gerne mal ausprobieren wollen. Ah, nein. Gut. Ich habe wieder mein... Nicht... Your Brain... Using your Keyboard... Aktivieren... E... Oder Enter... Speziell... Enter oder E... Spring in Leertaste... Oben... S... V... Oder... Links und rechts... Neustart und Navigation... Dialog wiederholen... Karte... Und speichern... So... Gehen wir einfach wieder mal zurück. So... Woid wiederhütz. Jetzt habe ich richtig... So... We stun es nicht. Hm. Ja, ja, Yummy! Okay, ich verstehe nicht so ganz, was ich da jetzt machen soll. Ach, warte mal. Ich habe eine blöde Idee. Okay, die war wirklich blöd, die Idee. Ach, wir haben den Level bestanden. Warte mal. Das heißt, wenn wir den Level bestanden haben, können wir doch jetzt hier raus, oder? Wunderbar. Wusstest du, dass Jelou aus unserem Tier richtig faul ist? Das Design mancher Level hat mehr als... Dankeschön. Ich bin ja schon, wie du die Sitzung hast. Jetzt ist es Zeit, für diese Erfahrung zu bekommen. Es ist ein Schade, dass wir nicht so wie so am anderen Entensten fahren. Es wird alles so leichter werden. Hmm. Na, fast. Na, fast. So, ich laufe mal hier hin, rüber. Ne. Wieso bleibe ich ihn da nicht hängen? Okay. Super. Ausgezeichnet. Und dann, ähm, da komme ich jetzt aber nicht hin. Das heißt, ich könnte da hinten wieder nach oben, weil da haben wir ja jetzt die Gravitation andersrum. Äh, 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 äh. Ah, fast. Boah, sag mal. Also, äh, das Ding ist cool, aber vom, von der Steuerung her ist es natürlich, boah, erstmal mäßig. So, wunderbar. Sind wir hier? Sind wir hier? Können wir da rüber? Ah, warte mal. Ah. Ach, nö. So, also, den Level haben wir ja bestanden. Ah, nee. Bestanden haben wir nicht. Na gut, egal. Eigentlich schon in Black Hole entwickeln sieben Erdseerregeln. Äh, nein. Ach, Mann. Ich wollte wieder zurück. Ah, böse Pflanzen. Was macht denn der Typ da oben noch? Okay, da ist ein Käfer. Die finde ich nicht ganz so lustig. Glaube ich. Und da ist ein Skorpion. Autscher. Da will ich hin. Da will ich hin. Wie gesagt. Ach, das sind Kakteen. Hm. So, wir gehen mal da rein. Uah. Ah, geil. Oh, Mann. So, die... Die Karten sind natürlich geil. Muss ich sagen. Äh, nee. Äh, okay. Also, wie gesagt, lustige Spieler nur für sich. Aua. Das will ich gar nicht. Aua, das will ich auch nicht. Aua, das will ich auch nicht. So. Pam. So, wir laufen da rüber und... Bam. So, das heißt, wir haben den Level bestanden. Das heißt, wir könnten da jetzt wieder rumdrehen. So, und dann können wir eigentlich abhauen. Weil wir haben den Level ja bestanden. Wunderbar. Seien Sie, was ich... Entschuldigung. Was ich... Danke fürs Spielen. Oh, Mann. Ich hab so ein paar Level verpasst. Das ist... Das ist... Och, Mann. Äh. Aber, Mann. Oh. Oh. Na gut. Äh, wie gesagt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich da die anderen Level nochmal machen kann, die ich vorher ein bisschen übersprungen habe. Aber das war's offenbar. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Und auf Wiedersehen. Wünsche euch noch eine tolle Zeit.